Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Euer Highlight der Messe ist die Modulbauweise. Wieso? Die Modulbauweise ist für uns die Vision 2030. Wie braucht man oder wie baut man in Zukunft Häuser? Ich bin ein junger Mann, der zum Bauern anfangen möchte oder sich mit dem Thema Bauern beschäftigt. Ich fange mit dem ersten Modul an. Später kommt mal eine Freundin dazu, ich brauche mehr Platz, mache mit dem zweiten Modul weiter. Dann kommt ein Kind dazu, ich brauche ein drittes oder viertes Modul. Das ist ein kostengünstiges Bauen und mit dem Highlight noch, ich muss irgendwann mal beruflich umziehen, dann kann ich das ganze Haus mitnehmen, nehme es auf dem Transport drauf und stelle es wieder an einen anderen Platz auf. Wie groß ist ein Modul? Das ist komplett individuell. Das ist der große Vorteil bei uns. Wir bauen die Module individuell. Was hebt euch von der Konkurrenz ab? Der ganz große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir eine Holzmassivbauweise haben. Sprich, diese Module werden wie ein ganz normales Holzhaus gebaut. Hier sieht man eigentlich das, was ich vorher erklärt habe. Das sind unsere Holzmassivbauwände. Wir haben zwei patentierte Wandsysteme. Einmal die Twin-Ligner-Wand und einmal die Mono-Ligner-Wand. In allen unseren Produkten ist die Dämmung, Holzwolle und alles aus dem Thema Holz, was maximal heutzutage geht. Von der Wärmedämmung her, was macht das so nachhaltig? Der Baustoff Holz, der atmet. Unsere Wände sind diffusionsoffen aufgebaut. Diffusionsoffen heißt, die Wand atmet von innen nach außen. Das heißt, eine Holzwand hat einen entscheidenden Vorteil. Holzwände generell nehmen Wasser auf und geben sie im Winter zum Beispiel auch wieder ab. Noch dazu hat Holz den entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen Baustoffen, dass sie einen sehr hohen Wärmedämmwert haben. Gibt es euer System jetzt nur in Wohnhäusern? Nein. Unser System gibt es auf ganz viele verschiedene Arten. Wir bauen nicht nur Wohnhäuser, sondern wir machen auch einen Gewerbebau. Wir machen einen Objektbau und wir machen einen Wohnungsbau. Jedes Objekt wird bei uns komplett individuell geplant. Bei uns gibt es nichts von der Stange. Wir haben da zum Beispiel einen sehr hochwertigen Gewerbebau und hier ein sehr exklusives Holzhaus mit einem Pool noch dran, also wie das der Kunde wünscht. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk www.miete.com ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020